Hallo Freunde der Sonne! Boah, ist das unangenehm. Ich fahre heute nach Frankfurt. Was mache ich in Frankfurt? Halbwegs Salz. Was war sonst? Ich bin ein bisschen sehr aufgeregt. Ja. Wir sind noch nicht mal am Bahnhof. Und Anna Sommer hat ihre Federboa vergessen. Was ist das? Ich kann das gar nicht hören in Frankfurt. Ich heule. Oh Gott, es hat mir geklappt, Alter. Wir sind wie beide kleine Kinder. Wir sind hier auf Klassenfahrt. Auf Klassenfahrt. Erster Halt. Komm mal ran hier. Es wird gottlos voll. Der Bahnhof ist so gefüllt. Freut man sich. Auf Döner. Aber jetzt gibt's Fred Ferkel, weil wir haben nichts anderes. Anna, was ist gerade passiert? Lea hat ihre Schuhe vergessen. Ich hab mir Nebora vergessen. Ich hab mir eine Schuhe vergessen. Wir müssen zurückfahren. Von Berlin. Wo sind wir? Nicht am Hauptbahnhof. Hier gibt's kein Essen. Gesund Brunnen. Was ist das überhaupt, Dinger? Da freut man sich. Ihr seht, ich liege auf anderen. Hier der letzte Keck hier im Zug. Ich muss mich umlegen. Mir tut alles weh. Umlegen? Oh nee, ich liege gerade gut. Eine Stunde. Oh. Freut mich an der Sonne. Es war eine sehr anstrengende Fahrt. Was sagen wir? Scheiß. Ede nass. Es war scheiße. Ich muss gerne schlafen. Und ich hab Hunger. Guck mal hier. Also was wissen wir jetzt, Anna? Vielleicht ein bisschen nach Hause. Frankfurt Hauptbahnhof ist ein anderes Universum, Leute. Also wenn ihr vom Dorf oder von der absoluten Kuhstadt kommt, ist Frankfurt keine Empfehlung. Sehr viele Fahrle-Pieber. Schock. Wir waren jetzt bei Meckes. Leute, warum ist Frankfurt so fett? What the fuck? Ich hab Angst. Das ist schön, aber. Wir kaufen da und Flugzeuge. Ich lieb's. Also kurzes Vlog-Update. Wir waren vorm Stadion und wollten eigentlich campen. Vorm dritten, siebten an. Geht nicht, weil da heute noch ein Konzert ist. Und da war so ein richtig süßer Security-Tipp. Anna, möchtest du auch über ihn schwärmen? Oh, der war so nett. Der hat fast mein Handy abgemurrt. Er war so lieb und er hat uns so richtig süß erklärt. Ja, aber es gibt da und da und da noch Hotels und Hostels und weiß ich was. Also Freunde, ich darf nicht so laut sein, wir sind auf dem Flur. Ihr kriegt jetzt von Influenza-Lena die beste Hotel-Room-Tour, die ihr je gesehen habt. Ne? Also hier macht man so, huu, und dann ist auch schon auf. Dann kommt man hier so rein. Anna Sommer ist versteckt. Dann ist hier so Spiegel. Da ist, weiß ich was da ist, Fernseher haben wir. Hier ist Couch. Und dann mein Highlight, ne? Das ist ja... Passt auf, da seid ihr gar nicht ready für. Wuhu, wir haben einen Balkon. Aber schön, ist das nicht toll? Ich finde das ja supergeil, ne? So, und dann... Da ist mein Harry-Outfit. Wird auch der Hingucker. Oh Gott. Hier ist unser Bett. Aber Anna, geil, aussehen tut das Bett, ne? Ja. Also, ja. Da ist noch ein Fernsehticker, sag mal. Was ist das denn hier? Hier ist sogar Schminkischminktisch, let's go. Und dann... Oh, ziemlich gröbst. Das ist ja richtig lecker. Das ist hier das Bad. Das Bad würde ich mir so, wie ich es zu Hause hinstellen, ne? Zwei Tage? Und dann sind wir Harry. Jetzt liegen wir im Bett und gucken. Baller, Mann, Harry. Kannst du mal zeigen? Shit. Also, ich bin Lina L. Und ich... Ah! Und ich sage... Harry Styles trägt in Frankfurt Night One. Entweder... Ich hab das schon mal gemacht, glaube ich. Ich hab so ein bisschen golden im Gefühl. Oder blau. Pink. Pink. Kurze... Kurze Empfehlung. Falls ihr mal in Frankfurt seid. Aber... Kommt nicht nach Frankfurt. Das ist mein Nasser. Menga, bis dann. Jetzt mache ich meine Haare. Das ist so anstrengend. Oh, der Mensch. Oh, der Mensch. Oh, der Mensch. Füße. Also, wir haben drei Hauptfreundschaften geschlossen in Frankfurt, ne, Anna? Und zwar... Du musst mit aufzählen. Numero Uno. Äh, der Security-Typ. War das? Oh, das ist jetzt... Mein Herz hat der. Der war so süß. Der hat hier ein Tattoo. Ja. Also, wenn ihr mal in Frankfurt seid. Deutsche Bankenpark. Sucht den... Ich weiß nicht, wie er heißt. Wir müssen den Namen rausfinden. Ach so, Numero Two. Äh, Taxifahrer. Der Taxifahrer. Sammy heißt der. Wir haben eine Karte. Wo ist die Karte? Habe ich weggepackt? Okay. Und, Numero Three. Ich habe mir seine Nummer. Ja. Numero Three ist die süße Frau hier am Hotelempfang. Die uns noch halb zehn eingecheckt hat. Was gucken wir? Guckst du bei Lehmann Harry? Ich muss. Wer holt uns gleich ab? Sammy. Wir sind jetzt so mit dem Taxifahrer, ne? Einfach der Bré. Wir sind so freundeter Sonne. Wir ziehen jetzt den Merch-Stand. Wir haben's geschafft. Juhu. Also, Freunden bis Sonne. Wir sind jetzt vom Early Merch. Anna? Early Merch. Anna, was sagen wir? Äh, ist es schön warm oder schön? Es ist ziemlich warm tatsächlich. Leute, was ist hier los? Alle sind verwirrt. Niemand weiß, wo man sich die Nummer holen kann. Hype mal rein hier. 235 auch schön, ne? Dafür, dass wir seit dem dritten hier waren, ne? Was sagen wir dazu? Was passiert hier? Was passiert hier? Anna? Was passiert da? Ich bin verwirrt. Ich auch. In Frankfurt ist Harry mehr als nur ein Hype. Harry ist so ein bisschen zu Hause irgendwie. Und das ist alles so eine kleine Family. Hallo, ja, darf ich sie filmen? Hallo, hallo. Wir werden gerade interviewt. Das kommt auch mit in den Sock. Schön hier auf der Straße. Hallo. Hallo. Ich glaub nicht. Aber ich stell mir vor, das ist halt irgendein Auto, was denen gar nicht gehört. Was hat irgendjemand draufgeschrieben? Ja, wie crazy. Aber es sieht so schön aus. Anna hat uns das Leben gerettet. Shoutout. Anna, was sagst du dazu? Da hinten. Wir gehen jetzt durch Frankfurt City. Und ich hab Durst. Und Anna hat auch Durst. Und Hunger. Anna, kannst du einmal dein Armbändchen in die Kämmer? Ja. Das ist mal ein bisschen Flüssigkeit. Willst du auch mit in die Doku? Ja. Wir haben Trinken heute. Für morgen und für heute. Ey, wer ist das? Da sitzt jemand, der Apache getroffen hat. Das ist einfach. Das ist der Nachte. Ihr Nachte. Was tust du da, Lena? Das ist so eine große Schere. Oh mein Gott. Das ist ganz hart. Guck mal, wie präzise. Guck mal. Ist das schön? Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Wie schön. Ich lieb's. Ich lieb's. Also Freunde der Sonne. Anna, du musst auch mit in den Vlog. Hi. Hallo. Wir fahren jetzt zum Hauptbahnhof. Um? Äh, die Leute zu beobachten, die nicht ganz so sauber sind. Ich kenne nicht so einen Vlog. Es ist ganz schön hier eigentlich. Wo hatten wir einen Sprach gebraucht? Anna, so Polipiebe. Jetzt machen wir richtig einen auf Touristen. Oder? Wir sind hier über Main. Was sagen wir zum Touristen? Bei der Skyline. Wir sind richtige Touristen. Uns fehlt der Rucksack. Ja. Und das I love Frankfurt. Ja. Oh Gott. Das kriegt ihr noch von mir. Wenn ihr es vermeiden könnt. Straßenbahn. Erstmal. Hahahaha. Sorry, es kommt von jemandem drauf. Mh, leckere. Anna, freust du dich? Wie findest du's hier? Wenn ich den Vlog fertig geschnitten habe, ist das das Lustigste, was ich hier in meinem Leben gucken werde. Ja, toll. Also wir stellen uns jetzt auch erstmal einen Wecker auf 3.30 Uhr, weil wir müssen 5 Uhr ins Stadion sein. Danke scheiße, Mann. Für den Frucht, Mann. Was ist das? Schatz. Wuhu. So. So. Schlaf haben wir auch nicht gekriegt. Was ist das? Was ist das für eine Regenung? Wir müssen bis 5 Uhr im Stadion sein. Weil sonst verfliegen unsere Nummern. Ähm, ja. So. Ich muss auch noch die Dings absetzen. Frankfurt bei Nacht. Bei morgens. Na ja deck'her. Das ist 3.15 Uhr oder so. Alter야지. Alter, ich kann das alles auch nicht mehr. Wisst ihr, wasочкиsechuppen das hier für ein Assischuppen ist. Guckt mal, was ist hier. Alter, hört auf zu schreien. Hier kommen ein Craigy hier aus dem Busch gesprungen. In derhold ist der sacrische Musik. 17.مfh hier. Am Bahnhof. Um 25 müssen wir da sein. Wir müssen noch 20 Minuten laufen, wenn wir da sind. Guckt mal, Laulous. Oh, die Masse! So, seht ihr das? Wie die Inlauf mal hier lang. 9,49. Ähm, man steht hier wie der letzte Keck vom Stadion. Ich hab das Video ausgemacht, mein Fresse. Da, guckt euch das an. Ich bin nicht mehr so... It's motivating! So sieht das aus hier. Was ist das denn? Was wird viel im Vlog gefilmt hier? Oh, jetzt geht's weiter. Äh, was geht hier ab? Was passiert hier? Ich glaub, mein Rauch ist nachher zu kurz. Kein Regen mehr, wurde mir gesagt! Was ist das hier? Regen! Wenn der die Show hier abnimmt. Ah, ja, ja. Ich will das filmen, diese riesige Sachen. Soooool! 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 Also, mein Make-up ist dann. It's looking cute! Very good! Da hab ich den linken Rahmen, Innenseite. Ich habe eine Runde. Echt, das wusste ich. Cooler Seite. So Freunde in der Sonne. Wir waren jetzt im Hotel. War auch sehr schön. Da war auch FC Bayern München. Ja, kranke Scheiße. Jetzt gehen wir über die Autobahnbrücke. Zum Front-Stage-Bereich. Ich hab mein Bändchen. Den hau ich mich da hin. Und dann brüll ich den an. Nachher den drehen. Also ich war in der Sonne. Eine Stunde noch. Bis wir endlich mal reinkommen. Wir sind draußen. Wir sind seit 12 Stunden wach. Ich hab nicht geschlafen. Warte, ich zeig euch mal die lange Klo-Schlange. Ich hab EU-Westen. Da ist die Schlange fürs Klo. Gut, dass ich grad war. Das ist auch crazy, wie die hier einfach fliehen, Digga. So schön aber. Die haben Leute gerufen. Wissen? Und dem hast du... Ja, das ist recht. Die müssen es rufen. Ich hab mich mal aus. Ich hab meine Güte hin. Guck mal aus. Du bist deine Güte hin. Ich hab meine Güte hin. Ich hab dich, ich hab dich gerufen. Ich hab dich dann nicht einmalig gemacht. Ich hab dich dann... Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott! Bitte gehen Sie zum Kiss and Ride Parkplatz. So, Freunde der Sorte, wir sind jetzt am Wagen. Heute geht's zurück. Anna, das wird das Ende des Videos jetzt. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Das war im Frankfurt Museum noch mal sein. Das war das Kanzler 3. Wundervoll. Wir nehmen jetzt die Mitte in der Hause hin. Und tschüss. 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 Tschüss.